Willkommen zurück bei Amnesia Rebirth Ich glaube fast, ich komme von hier Warte mal, warte mal, warte mal Ich muss mich ganz kurz orientieren Ah, okay Von da komme ich, bin da reingegangen Ich erinnere mich Okay, das heißt, du bist tatsächlich hier lang Juhu Toll Du hast es jetzt schon aus? Ernsthaft jetzt? Du hast es jetzt schon aus? Alright Gut, jetzt heute war es zum Sterben Aber höre ich da jetzt was oder höre ich da jetzt nix? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt Alter Ist da wat? Entspannend Ist da eine Lampe gerade ausgegangen? Ich glaube, man schwein pfeift Muss ich irgendwo runter? Muss ich runterspringen tatsächlich? Damit ich dann auch nicht mehr fliegen kann Nice Freut mich Okay Haben wir schon Erfahrung, dass es super toll ist Das stimmt Nicht nachdem Was ist das? Okay, wir haben ein Godi gefunden. Es schläft? Okay. Ich kann dich gerade echt nicht gebrauchen. Ich sag mal so, es beruhigt mich überhaupt nicht, dass der schläft. Also, muss ich ganz ehrlich gestehen. Man könnte jetzt meinen, es würde mich beruhigen. Nein! Wird das not? Es beruhigt mich. Überhaupt... Bist du jetzt hier links im Gang? Ist das jetzt zurückstehen? Ja. Der steht direkt vor mir. Der steht direkt vor mir. Ja, aber was soll ich denn tun? Ja, ich kann was. Br знаете, ich kann nicht malen. Aha! Alles G int7! Es geht nicht aus! Was ist denn sehne? Ist das nicht weg? Was hat überhaupt dabei? Was? Was? Was hat er allowiert. Hat er nicht? Ich guck mich mal lieber nicht um, ich habe... keine Ahnung. Super! Wo war der da? Hier kann man das schon mal weiter? Also das Laudan war auf jeden Fall komplett useless. Okay, ich hab... Überhaupt keine Angst zum Glück. Ich fühl mich pudelwohl. Ich hab mich nicht vergessen. Ich habe mich nicht vergessen. Ich habe es geschrieben. Leon. Das ist Leon. Leon de Vries. Von Cape Town. Vater, Charles. Mutter, Ulster. Die Arbeit zu machen. Die Maschinen. Die Gewalt. Echt. Dann. Sie machen die Läzigen Basterz für eine Veränderung. Bessersten in der Zwischenzeit. Ein Pferdkast. Ein Pferdkast. Ein Verrücker. Ein Verrücker. Ich glaube es war ein Verrücker. Vielleicht ein Verrücker. Ein Verrücker. Ein Verrücker. Ein Verrücker. Okay, ich nehme stark an, die reden davon, dass ich diese Gottheit, dieser Gottheit gesagt habe, von wegen ja, ich stimme zu. Ich habe fast das Gefühl, dass das, all das, tja... Ich habe das Gefühl, dass, ähm, wir die quasi umgebracht haben, also beziehungsweise dass, dass es darum geht. Oh, hallo. Ich meine, hier ist Lichterloh am Brennen, aber... Wenn ich schon mal viel zu viele Streichhölzer brüche. Ach so, ich muss hier einen Haken raus machen. Super Plan. Ich freue mich. Okay. Der Raum ist ja noch vollkommen legitim. Alles entspannt. Apropos, ich muss dringend meine Kanne nachfüllen. Weil ich möchte nicht in einem... In so einem Augenblick, wie ich irgendwo von wegrenne, auf einmal mit einer leeren... Was soll denn der Witz jetzt? Das... 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 Wollte mich... Ich möchte... Wo ist das wohl? Wo ist das? Wo ist das wohl? Aber... ... Message bin. Das war's für heute. Ich kann grad nicht auf dich warten, Baby Ich weiß aber grad nicht, ob der noch hinter mir her ist Deswegen muss ich mal eben so Also ich hab leider jetzt grad eine Notiz übersehen Ich wurde aufgehalten Nennen wir es einfach Ich wurde aufgehalten Full of fucking monsters Everywhere Scribing through the roots Snuffing Hunting Trying not to lose Trying not to lose But I'm so fucking scared Of them Of me Too scared I'll keep blacking out Waking up where I shouldn't be I don't remember where So angry I was knowing what a fucking bone will wake up A fucking bone Leon It's Leon Remember Okay Also Ich hab leider Ich hab jetzt ein Striftstück auf jeden Fall verpasst So viel Ist mir leider klar Oh, Entschuldigung Oh, Entschuldigung Oh, Entschuldigung Nicht monsters Just sleeping Waiting Hunters Oh, Entschuldigung Look at me Just like me Just like me Change Strucker So much stronger Hungry like you You didn't know She did it She did it She did it I wish I'd rip the booty open And pull the thing out Uh-huh Uh-huh Okay Boah Boah Schuss Okay Berührst du mich? Du berührst dich nur Wenn ich Du leuchtest Leuchtest Safe call Groß Mittel Klein Klein Ich glaub nicht, dass ich mich hier anständig verstecken kann Das war damals schon schwer In Amnesia 1 Möglich Aber schwer Na super Hallo Achso, Moment mal Vorne ist Guli Ach, leck mich doch im Arsch Gut Sagen wir Guli, hallo Willst du dich mal kurz abregen? Bitte Ja Genau Wunderbar Achso, ist nicht nur einer Ne, Moment Mindestens drei Ne, zwei Drei Ich will da runter Guck einfach gar nicht hin Ich guck einfach nicht hin Ich geh einfach weiter Ganz ehrlich Irgendwo muss doch diese verfickte Portalkammer sein Ich hab keinen Raum Ihr Penner Die kommen doch jetzt alle zu mir Oh, Moment Was hab ich jetzt Hey Just need to be quiet Ha, 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 ha Penner Okay Ich muss das mal kurz verstehen Was ist das hier Einfach nur Eigentlich nichts Okay Hier kann ich Die Platte kann ich drehen Ich drücke nichts Was passiert, wenn ich Was passiert, wenn ich Komm, geh nochmal auf 15 Uhr bitte Geh nochmal auf 15 Uhr bitte Ich kann Ich kann Moment mal Und jetzt ist es blockiert Entspann dich Entspann dich Okay Okay, das war die Warnung Wenn ich weiter Wenn ich weitermache Da kommen die Und das werden sie Also die sagt zwar Sie ist leise Aber ich glaube Das kann man gar nicht Also ich glaube Das wird jetzt so oder so passieren Ich bin Das war, wie gesagt, heute nicht klar. Clash-A-Pusik nicht mehr da. Wissen wir, dass die einfach auf die Türen gehen können? Ich wette, ich weiß, wo ich gleich rauskomme. Okay. Okay. Das ist entspannt. Ja, vermeint. Ich hätte einfach länger da drinbleiben sollen. Oh, shit, shit! Okay. K-Sticks hinzumachen. Rechts oder links? Keiner weiß. Gut. Das wir darüber gesprochen haben, sehr schön. Das freut mich. Es sind auf jeden Fall wesentlich mehr solcher Sequenzen als in Amnesia The Dark Desense, wenn ihr mich so erinnert. Die Dinge sind alle drei falsch. Aber eigentlich müsste das egal sein. Ich finde die Dinge nur nicht aus. Ich habe es einfach... Ich habe es lernen, bis jetzt in Amnesia diese Sache anzufinden. Ich habe die feliz Oh, shit! Okay, das wird jetzt ein Problem. Ja, das ist eigentlich schon ein bisschen lächerlich, dass das jetzt... Ein bisschen lächerlich ist es jetzt schon, weil die waren ja eigentlich alle richtig. Also eigentlich waren die ja alle schon mal richtig. Oh, das ist der Kulier. Oh, das ist der Kulier. Hush now, lullaby, close your eyes for sleep, it's coming. Hush now, lullaby, my pussies, oh, don't you cry. Mhm. Okay. No, 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 no. Fuck. Whatever that flesh was, I think it broke the portal. Of course. Thank you so much for the damper. Where the hell have I taken us now? Another portal. Oh, it was. Ruined now. Oh, Lampen. Sehr schön, find ich gut. Ähm. Ja. Ich gucke mich jetzt hier noch kurz um. Aber bevor wir irgendeinen dieser ganzen Wege gehen, ich sehe hier jetzt alleine quasi drei Wege. Und unser Lieblings, ich aktiviere uns wieder, sehe ich auch hier. Okay. Das hier ist ein Sack, also korrekt. Also der Sack ist ja, das ist korrekt. Gut. Dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Bis dahin. Für die Videos. Euer Hedi. Nein, aber erstmal zu verzeichen. ... ... Vielen Dank.